Ich bin Brigitte Moser-Houbar. Ich mache Schmuck seit etwa 60 Jahren. Ich freue mich, dass ich den Beruf lernen durfte. Der erste Schritt ist sagen. Der zweite Schritt ist fühlen. Das ist das A und O. Das gibt ein Armband für eine Kundin. Die bestehen aus Gold und aus Silber. Objektmässig arbeite ich mit Knochen oder Haaren, Glas. Meine Inspiration habe ich von der Natur, von Themen oder über Materialien. Das ist natürlich hauptsächlich Gold und Silber, Stein. Stein habe ich sehr gerne roh. Bei meinem Schmuck ist mir wichtig, dass er die Persönlichkeit von der Trägerin oder dem Träger unterstreicht. Ich bin froh, dass Swisslos uns Künstler und Kulturschaffende so grosszügig unterstützt. Danke vielmals. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020